So Freunde des Hocharztes, ich zeige euch mal die Buchhausklippe. Da ist sie. Ein kleines Stück darüber ist die kleine Buchhausklippe. Links davon war mal ein gerodetes Stück Wald, was sich da hoch und runter zog. Da haben sie vor 20 Jahren aufgeforstet. Rechts und links war dichter Fichtenwald und jetzt ist der Fichtenwald tot und die Aufforstung kommt jetzt hoch. Sehr kurios her. Zu der oberen Buchhausklippe geht links der obere Buchhausklippenweg weg, der geht dann zum gelben Ring rüber. Und da wollte ich eigentlich immer mal lang und das werde ich irgendwann mal erkunden. Da irgendwo oben geht der Weg lang, aber vermutlich ist er durch umgestürzte Bäume blockiert. Und das da ist glaube ich eine kleine Zeta-Klippe. Ich weiß es immer nicht genau. Jetzt gucke ich mal auf der Karte nachher. So, also vormerken, dass da ist die Buchhausklippe. So, habe ich einen kleinen Zeta-Klippe und Erbil in den Karten von der Karte. So. So. So.